Und damit herzlich willkommen. Heute ist ein wirklich brisanter Tag. Es gibt viele Sachen, die wir heute seit langem endlich machen können. Zum einen gehen wir heute auf Eigenlayer ein. Dort sind endlich die Tore geöffnet und wir können nativ auf Eigenlayer unsere Ethereum restaken. Zusätzlich ist der Launch von Dimension geschehen bzw. jeder hat schon seine Coins und da zeige ich dir heute, wie man diese Coins staken kann. Zum Zeitpunkt, wo wir das Video aufnehmen, ist Dimension noch nicht live auf Binance. Das heißt, wir haben aktuell noch keinen richtigen geilen Preis dafür. Wartet bitte ab, bis ihr hier Dimension live habt fürs Trading, damit ihr auch wirklich einen akkuraten Preis habt. Aber da will ich gar keine Zeit verschwenden. Wir starten erstmal rein mit Eigenlayer. Ihr habt von heute auf Zeit bis zum 9.12pm PT Zeit. Jetzt können wir ganz normal auf Eigenlayer gehen und dort unsere Coins restaken. Was ihr noch bedenken müsst, bald kommt Arbitrum, Connection Network, Renzo Protocol und Eigenlayer selbst. Bleibt natürlich bestehen, um eben vielleicht mit günstigeren Gears fees Eigenlayer zu staken. Aktuell, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, ist es eben doch relativ kostspielig, dort Ethereum zu restaken. Aber, wie gesagt, aktuell nur die einzige Möglichkeit und wir wissen jetzt nicht, wann die Tore wieder geöffnet werden zum restaken. Das heißt, wenn ihr jetzt schon partizipieren wollt, wenn ihr einen Teil haben wollt von dem größten AirDrop, der announced ist für dieses Jahr, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein, vergeuden keine Zeit. Ganz wichtig, geht auf Eigenlayer.xyz. Das ist die einzige wahre Seite. Eine andere Möglichkeit, die Website zu finden, ist, indem ihr auf Twitter geht und dort wirklich nur auf den richtigen Channel geht. Dieser richtige Channel wird auch immer von Leuten von euch gefollowed sein, also Etherfan, Etherfy. Das sind einfach Leute, die man kennt und da folgen. Bitte nur auf diese Website gehen und von hier aus könnt ihr dann hier den Linktree öffnen und könnt dann hier die eigenen Layer Website öffnen. Dann kommen wir, wie gesagt, auf die Seite. Dort gehen wir auf Stake Now und dann landen wir hier auf dieser Seite. Hier gehen wir auf Connect Wallet, gehen auf Metamask und verbinden unseren Wallet Connect. Connect. Dann sollte das so aussehen. Jetzt ist natürlich das Problem, wenn wir unsere Metamask öffnen, haben wir hier nur normal Ethereum. Wenn wir restaken wollen, brauchen wir natürlich erstmal ein LST, also ein Liquid Staking Derivative, das wir im Endeffekt dann nutzen können und unsere gestaken Ethereum zeigen. Dafür gibt es viele Anbieter. Alle Anbieter seht ihr auch wahrscheinlich hier schon auf der Seite. Coinbase Staked Ethereum, Mental Staked Ethereum und so weiter. Ihr versteht, was ich meine. Um hier reinzugehen, gehe ich heute in Lido Staked Ethereum. Das ist der größte Pool. Gehen wir mal hier auf das, keine Ahnung, was das hier Ask und Desk bedeutet. Ist auch egal, aber bei Desk geht es von der höchsten TWL runter. Das heißt, Swell Staked Ethereum oder Lido Staked Ethereum. Ich habe jetzt gerade noch den Gedanken, Swell Staked Ethereum hat selber keinen Coin. Lido hat schon einen Coin. Vielleicht ist es dann doch smart, vielleicht Swell Staked Ethereum zu nehmen, weil es dort noch keinen eigenen Token gibt. Und dann habe ich mich damit auch schon unentschieden und werde über Swell Staken. Wie können wir jetzt Swell Staked Ethereum bekommen? Dafür brauchen wir SW Ethereum. Wie finden wir am einfachsten den richtigen Coin dafür? Wir gehen auf CoinGecko, suchen dann nach SW Ethereum. Und dann kommen wir immer auf die richtige Seite. Und wenn wir das geöffnet haben, können wir hier hingehen und können dann hier auf swellnetwork.io gehen. Das ist immer der beste Weg, wie ihr das finden könnt. Und dementsprechend solltet ihr entweder das über Twitter suchen oder hier über CoinGecko. Jetzt gehen wir hier auf Launch App. Dann kommen wir hier schon mal die anderen Sachen wieder schließen. Die brauchen wir nicht mehr. Und jetzt können wir hier unsere Ethereum staken. Was ich gerade noch im Gedanken habe, ist, dass ich ja noch 700 Dollar hier rumfliegen habe. Ich glaube, die swap ich kurz in Ethereum. Und dann staken wir etwas mehr. So und damit hat es geklappt. Ihr seht hier, ich habe jetzt 0,6449 Ethereum. Jetzt gehen wir einfach hin, weil es eine glatte Summe ist, gehen auf 0,5. Diese staken wir und bekommen dafür 0,4762 Swell ETH. Hier ist wahrscheinlich derselbe Grund, warum diese weniger sind, wie bei zum Beispiel Stride, dass die API vom Ethereum staken hier auf den Coin draufgerechnet wird. Dann gehen wir hier auf Stake, dann öffnen Sie eine Transaktion. Diese bestätigen wir für 16 Dollar. Wenn ihr Fragen habt zu den Gas Fees oder wann ihr solche Trades machen solltet, dann könnt ihr immer auf Etherscan gehen und hier seht ihr dann hier eine 43. Das ist nicht günstig, es ist nicht teuer. Es ist, sage ich mal, so ein Mittelmaß. Wir haben hier bei 2020er Bullmarkt hier manchmal 250 gesehen, wenn eben irgendeine NFT Collection gemintet hat. Am besten ist es natürlich, wenn hier unter 20 steht. Dementsprechend, ihr habt wie gesagt bis zur neunten Zeit Eigenlayer Restaking zu betreiben. Wenn ihr also keinen Zeitschuss habt, geht einfach mal nachts rein. Dann wird die Gäste deutlich niedriger sein. Und dann könnt ihr im Endeffekt für günstigeres Geld hier investieren. Trotzdem denkt immer dran, bevor ihr jetzt einfach knausig seid und das gar nicht macht, vielleicht ist der Airdrop, der dadurch kommt, doch etwas größer als die Gas Fees, ob ihr da jetzt 15 oder 25 Dollar bezahlt. Jetzt haben wir hoffentlich unsere Swell Eve. Die haben wir aktuell nicht in unserer Metamask, wahrscheinlich, weil ich den Coin nicht hinzugefügt habe. Das heißt, ich hätte CoinGecko gar nicht schließen sollen. Denn der einfachste Weg, den Contract reinzubekommen, ist, wenn wir hier wieder Swell Eve eingeben. Jetzt gehen wir hier drauf, öffnet sich dieses Fenster. Und dann können wir hier mal draufklicken, zum Metamask hinzufügen. Jetzt öffnet sich die Transaktion. Und jetzt haben wir den Coin auch angezeigt in unserer Metamask. Das heißt, wenn wir hier runter scrollen, sollten wir die hier unten finden. Jetzt können wir hingehen, wieder auf die App Layer gehen. Und jetzt können wir hier draufklicken. Und hier jetzt unsere Swell Eve Depositen. Da gehen wir auf Maximal, gehen wir auf Deposit. Jetzt öffnet sich eine Transaktion. Hier müssen wir zunächst mal unsere Swell Eve approven. Das heißt, dass die Metamask auf Eigenlayer diese auch nutzen darf. Hier gehen wir auf Approve. Für 10 Dollar schmeckt nicht so. Jetzt approved das Ganze. Somit wurde das Ganze bestätigt. Jetzt können wir hingehen und an diese Swell Eve einzahlen. Das kostet nochmal 33 Dollar. Das heißt, nach 14 Dollar Swap Gebühren plus nochmal 9 Dollar. Ja, wir sind ja bei 50 Dollar. Machen wir uns nicht draus. 50 Dollar und rein da. Das heißt, hoffentlich bekommen wir einen Swell Airdrop und einen Eigenlayer Airdrop, der sich lohnen wird. Wenn nicht, haben wir Spaß gehabt. Trotzdem muss ich hier nochmal in Achtung aussprechen. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Restaking Narrativ, genauso wie das Liquid Staking Derivatives Narrativ, einen riesen Crash verursachen kann. Vielleicht so einen großen wie Terra, vielleicht sogar größer. Dementsprechend seid euch über das Risiko gewusst. Und ich werde auf jeden Fall aus Restaking und so rausgehen, sobald wir neue All-Time-Highs bei Ethereum und bei Bitcoin schreiten. Aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare hauen. Wenn wir jetzt runtergehen, sollten wir hier jetzt unsere Swell Eves sehen. Hier sehen wir, ja, die sind drin, Restaked. Das passt soweit. Wenn wir hier auf die Homepage gehen, aktualisieren wir das Ganze mal. Und jetzt bekommen wir auch hier oben die Anzeige, dass knapp 0,5 Ethereum gerestaked sind. Die Restake Points bekomme ich aktuell noch nicht. Wahrscheinlich, wenn ich die Seite nochmal aktualisiere. Sollten die kommen. Genau, passt. Und damit sind wir jetzt im Restaking drin. Und wenn wir hier bei Swell Stake Ethereum sind, sehen wir auch hier, dass die aktiv sind. Ich kann euch aber nicht genau sagen, warum hier 0,4762 stehen und hier 0,4956. Ist ja auch egal. Trotzdem solltet ihr das vielleicht für den Eigenlayer AirDrop machen. Zusätzlich könnt ihr natürlich auf Etherfy bleiben oder Kelp. Dafür gibt es natürlich auch Videos und dort sind wir auch ordentlich am Farmen. Wenn ihr nochmal bei Etherfy sein wollt, oder zur Spätzeit hier auf dem Video, Etherfy geht dauerhaft, ist auf Eigenlayer aufgebaut. Das heißt, da habt ihr nie ein Problem. Und wenn ihr eben hier reingeht, geht das ganz normal. Und gerne hier, wenn ihr aktuell dort einzahlen wollt, mein RefLink nehmen. Dort gibt es fünffach Punkte, wenn ihr den aktuell nehmt. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin jetzt auf Etherfy für Eigenlayer AirDrop Eligible. Jetzt natürlich auf Eigenlayer selbst. Und nochmal auf Kelp DAO bin ich auch noch eligible fürs Restaken. Mal gucken hier. Hier, zack, hier sind wir soweit. Das heißt, hier, das sind meine aktuellen Restaking AirDrops Farms. Heißt, Eigenlayer nativ, einmal Kelp DAO und wie gesagt, einmal Etherfy, wenn wir hier drauf gehen. So, für eure Informationen, relativ übersichtlich. Und es ist im Endeffekt wirklich egal, ob ihr Etherfy, Kelp oder Eigenlayer selbst nehmt. Natürlich kann niemand jetzt voraussagen, wo es die größten AirDrops gibt. Ob vielleicht Etherfy, Kelp DAO weniger, Restaking, Points, keine Ahnung. Ihr wisst ungefähr, was ich meine. Keiner kann euch jetzt garantieren, wo ihr am meisten rausholt. Trotzdem würde ich mein Kapital nicht unfassbar breit streuen, weil im Endeffekt Eigenlayer trackt das Ganze, welcher Wallet wie viel reingibt und rausgibt. Und in aktueller Zeit wird immer öfter es nur wichtig, viel Volumen zu haben, viel Kapital zu haben, anstelle von wenig und auch für mehrere Wallets. Das mal zum Eigenlayer-Restaking. Damit kommen wir auch schon zum wahrscheinlich interessantesten Thema und das ist der Dimension AirDrop. Aktuell ist die Chain noch nicht ganz live, aber wir können schon unsere Dimension in Metamask sehen. Aktuell hatte ich aber ein Problem. Wenn ich hier auf diese Seite gehe, ist es natürlich auch wieder verlinkt. Trotzdem vertraut auch nicht mir immer. Es kann auch sein, dass ich mir vielleicht einen Link falsch reinhau. Das heißt, gerne auf Dimension gehen, diesen Post finden. Dann könnt ihr hier auf Portal Dimension Punkt XYZ gehen. Dann öffne ich dieses Fenster. Aktuell haben wir eine Staking APR von 643%. Warum? Ganz klar, wir haben eine Inflationsrate von 8%, aber nur 1,25% der DYM Tokens sind gestaked. Das heißt, 1,25% aller DYM Staker teilen sich gerade die Inflation von 8% und das ist neben der APR von 643%. Trotzdem werde ich nicht alle meine Coins staken und ich hatte auch gerade schon große Probleme, hier oben meine Metamask zu verbinden. Was kann man tun? Ganz einfach, du gehst in Metamask, exportierst deine Seed Phrase in Kepler rein, denn es gibt immer nur einen Wallet und es gibt sehr, sehr viele Wallet Interface. Das heißt, ob du jetzt die Seed Phrase von Metamask in Kepler oder in Phantom Wallet oder irgendwo anders rein haust, ist es komplett egal. Diese Seed Phrase ist auf der Chain und die verwaltet im Endeffekt über ein Private und ein Public Key deine Wallet. Welches Layout du nutzt, also welches Interface und welcher Wallet irgendwie wo was anzeigt und wie das schön ist, ist einmal dahingestellt, ist auch vollkommen egal, da gibt es Referenzen. Trotzdem, wie gesagt, ihr könnt einfach hingehen, eure Metamask hier nehmen, dann ganz einfach hier rüber gehen und einfach Metamask Liquid eingeben und schon seht ihr dann hier meine Dimension 2.105. Ganz normal, Metamask kopiert, da eingefügt, zack, funktioniert. Dann konnte ich auch meinen Kepler hier oben verbinden. Was macht ihr als nächstes? Ihr könnt hier auf Stake hingehen und jetzt könnt ihr natürlich nach eurem Lieblingsvalidator suchen. Ich gucke mal natürlich nach meinen guten Freunden Friends. Hier ist Friends. Hier gehen wir hin, gehen wir auf Stake. Ich werde nicht alle meine Coins staken, weil wie gesagt, alle gehören mir gar nicht, sondern ich werde hingehen und 1000 staken. Hier gehen wir auf Stake. Dann öffnet sich eine Transaktion. Hier bei Kepler. Da gehen wir auf Approve. Jetzt ist die Transaktion in Process. Und ich glaube, dann sollten wir auch schon good to go sein. Denkt wie immer dran, wenn ihr eure Dimension unlocken wollt und verkaufen wollt, müsst ihr 21 Tage warten. In diesen 21 Tagen habt ihr keine Chance, Staking Rewards oder Airdrop Snapshots zu bekommen, weil ihr in dem Zeitraum einfach da rausgenommen werdet. So, jetzt gucken wir mal und warten, bis die Chain hier das ganze Prozess hat. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ich hoffe, einigermaßen schnell. Trotzdem können wir das wahrscheinlich hier schon mal schließen. Und dann, sobald wir das aktualisieren sollten, sollten wir oben dann auch angezeigt bekommen, dass ich eine Delegation habe. Aktualisieren wir mal. Ist immer noch im Process. Das heißt, gerne hingehen. Auch Friends nutzen für Staking von euren Dimension. Würde die wahrscheinlich sehr freuen. Und wie gesagt, sind auch gute Freunde von mir, die mir auch viel helfen hier in Krypto und auch oft Informationen sammeln, die ihr in Discord schreibt oder auch Fragen habt. Und das ist einfach ein gutes Nehmen und Geben. Oder Geben und Nehmen, wie man auch immer sagt. Als zusätzliche Information, denkt dran, geht hier nicht auf irgendwelche Links unten ein. Das ist komplett vollkommen egal, was die hier unten schreiben. Nur Dimension, das so geschrieben wird, von mehreren Leuten gefolgt wird, 172.000 Follower hat, wie gesagt, von wahrscheinlich Freunden von euch gefolgt wird. Nur das ist das echte Dimension. Bitte klickt nichts anderes an. Bitte, bitte, bitte. Okay, sehr gut. Das heißt, wir haben heute das Thema abgearbeitet. Staking von Dimension. Ich hoffe, hoffentlich hat das jetzt nicht mal geklappt. Immer noch nicht. Das heißt, da müssen wir nochmal vielleicht dann im Chain Explorer schauen. Aber so sollte das Staking relativ einfach gehen. Geht einfach hin, sucht euch das raus. Der Link ist natürlich in der Beschreibung. Gerne auch. Kann ich euch den Post reinhauen. Da könnt ihr selber auf die Seite gehen. Und noch ein interessantes Thema ist heute, Solana ist mal wieder ausgefallen. Es ist der, ich glaube mittlerweile, sechste oder siebte Chain Hold. Wundert euch nicht, warum Solana so krass abverkauft wird heute. Liegt einfach daran, dass die Chain mal wieder gestoppt wurde. Wenn ihr Fragen habt oder andere Anregungen, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Joint gerne im Discord oder in Telegram, um da auf dem neuesten Stand zu sein und euch mit meiner Community auszutauschen. Und da lassen wir wie immer gerne ein Like oder auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.